also der eine hat ja fast kein schild mehr ja genau der das schild hatte ich ja gerade so gesaved das war ja brutal nein ja nicht ausgelacht man kann da auch eigentlich reinspringen man kann sogar durchstechen mit dem schilder ich weiß ja ich weiß oder ich dachte jetzt auf locker erst noch drehen es ist doch der bischen nur mann also das so steht jetzt das meter aber ich fand es krass es habe ich auch zu hannah gemeint gut gemacht wie sehr abgebildet